John Miles, Music was my first love, Marianne Rosenberg, Lieder der Nacht, Udo Jürgens, aber bitte mit Sahne. Mein Name ist Reinhard Wind und ich würde euch heute gerne den W116, die S-Klasse aus den 70er Jahren, vorstellen. Das ist der Wagen, der hier neben mir steht. Und bevor ich für das Fahrzeug in die Details gehe, würde ich gerne noch mal zuvor das Auto zeitlich ein bisschen einordnen. Wie gesagt, Baureihe aus den 70er Jahren, Produktion ab 1972. Als direkter Nachfolger des W108, W109. Ich habe hier einen W111 stehen, der ist ähnlich gebaut. Von den Laien kaum zu unterscheiden vom W108 bis auf den Hochkühler. Der W108 hatte den Flachkühler, aber auch der W108 hatte diese senkrechte Lampenform und diese sehr geschwungene barocke Motorhaube, die noch aus den Zeiten der 50er, 60er Jahren stammt. Und wenn man sich jetzt mal die Frontpartie des W116 anschaut, dann sieht man sofort einen ganz enormen Designsprung. Das sind also nicht nur Nuancen, die man damals geändert hat, sondern man hat das Design völlig verändert vom Fahrzeug. Das hatte Hintergründe vom CW-Wert und auch vom Design und man hat die ganze Karosserie halt komplett neu gestaltet. Weiterhin steht rechts neben dem W116 der W123, damals die E-Klasse, passend zur S-Klasse, sozusagen der kleine Bruder der S-Klasse. Millionenfach gebaut, den meisten bekannt als Taxi, hat Millionen Kilometer abgespult und ist bis weit in die 80er, 90er, 2000er Jahre bei uns in Deutschland gelaufen. Und wenn man nach Afrika fährt, wird man es da als Taxi immer noch wiederfinden. Okay. Von der Heckpartie kann man den enormen Designsprung erkennen, auch wenn es jetzt hier kein W108 ist, sondern W111, der ja damals noch diese spitzen Heckflossen hatte, ist trotzdem der W108 auch von den Stoßstangen und von der Form her ähnlich gebaut und wenn man jetzt auf den 116er, das Nachfolgemodell schaut, dann sieht man, wie enorm damals der Designsprung gewesen sein muss. Weiterhin kann man an diesem Fahrzeug noch erkennen, dass er die doppelte Stoßstangenführung übernommen hat von dem Vorgängermodell, was man an dem 123er Modell eben nicht mehr fortgeführt hat. Ab der Baureihe W126, das ist der direkte Nachfolger von dem W116, ist es dann auch nur noch eine Stoßstange und keine doppelte Stoßstangenführung. Die Scheinwerfer an dem kleinen Bruder der E-Klasse sind genauso gebaut wie an der S-Klasse, da erkennt man auch noch mal die Verwandtschaft dran und wenn man das jetzt hier aus der Kameraperspektive gut erkennen kann, seht ihr hier diese rellenförmigen angeordneten Scheinwerfer, die damals dafür sorgen sollten, dass die Verschmutzung relativ gering ausfällt. Was man allerdings vergessen hatte, dem Schmutz zu sagen, dass er natürlich auch super Gelegenheit hat, sich hier oben darauf abzusetzen. Trotz und alledem verbleibt natürlich durch diese Form eine dreifache Oberfläche der Scheinwerfergläser, was immer zu einem guten Leuchtbild geführt hat. So, jetzt möchte ich euch das Auto einmal im Detail vorstellen. Wie gesagt, es handelt sich um eine S-Klasse. Damals in den 70er Jahren sprach man bei Mercedes offiziell erstmalig von S-Klasse, denn bis dato gab es noch keine vergleichbare E-Klasse dazu, sodass man das Auto eben nicht mit S-Klasse bezeichnet hat. Die Vorgängermodelle W111 und W108 werden heute auch sicherlich mit S-Klasse bezeichnet, weil es halt riesige Fahrzeuge waren. Aber in den 70er Jahren mit der Baureihe W111 ist das eben offiziell von Mercedes eingeführt worden. So, da dieses Fahrzeug noch keine Standklimatisierung hatte und wir jetzt gerade 32 Grad Außentemperatur haben, komme ich mal rausgekrabbelt und zeige euch nochmal von außen das schöne Auto. Wie ihr sehen könnt, steht der mit einem ganz tollen dunkelblauen Lack da. Steht auf Barockfelgen. Es gab ja damals diese sogenannten Salatschüsseln. Das waren diese kleinen Deckel, die man an dem kleinen Bruder der E-Klasse noch heute erkennen kann. Die gab es übrigens für diesen W116 auch in der kleineren Motorisierung. Wo wir schon gerade bei Motorisierung sind, es gab ihn als 280er. Das war ein Sechszylinder als Vergaser und als Einspritzer. Dann als 350er 8 Zylinder und als 450er 8 Zylinder und das ist dieses Modell, was jetzt hier steht. Es ist also ein reiner rassiger V8. Es gab noch das Spitzenmodell, das war der 450 6,9. Das war ein Motor mit fast 7 Liter Hubraum. Den kann man sicherlich heute auch noch fahren, wenn man das nötige Kleingeld hat und eine Anhängerkupplung für den Tankwagen, den man hinten dran hängen möchte. Was mir an diesem Auto ganz persönlich sehr gut gefällt, ist, dass der immer noch den Stern auf der Motorhaube hat, dass wir ein bisschen Chrom an den Stoßstangen haben. Auch hier der Scheibenwischer in Chrom. Die Scheibenwischer an der Frontscheibe sind in Chrom gehalten. Sehr witzig übrigens, ich zeige es euch mal. Die sind so parallel verlaufend, die Scheibenwischer. Bei der Heckflosse hat man ja diese Scheibenwischerform, bei der E-Klasse hat man diese Scheibenwischerform. Warum die jetzt so gebaut sind, weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht mal googeln. Aber das Wichtbild ist wirklich optimal. Wenn man damit die Scheiben sauber macht, bleibt quasi gar kein Regen auf der Scheibe übrig. Ganz besonders gut an dem Auto finde ich, dass diese Chromleisten sich auch hier in der A-Säule wiederfinden. An der Frontscheibe. Wir haben an der Seite diese Schutzleisten angebracht. Es gibt die Türgriffe. Die sind auch voll verchromt. Das hat man damals bei der S-Klasse dem Auto halt so spendiert, um es optisch ein bisschen wertiger zu machen. Auch an der Heckpartie finden sich diese ganzen Chromapplikationen wieder. Hier haben wir so einen Griff aus Chrom. Diese doppelte Stoßstangenführung. Das Zeichen für die Motorisierung. Und wenn wir hier in den Kofferraum reinschauen, dann kann man sehen, damals hatte das Wort Kofferraum wirklich noch eine Bedeutung. Das ist schon nicht mehr vergleichbar mit heutigen Fahrzeugen. Ich will jetzt nicht sagen, was man hier drin verstecken kann, wenn man irgendwas transportieren möchte. Aber es geht schon einiges rein. So, wie ihr an dem Typen-Schild am Kofferraumdeckel erkennen konntet, handelt es sich um ein 450 SE. Das Fahrzeug gab es auch als SEL, also als Langversion. Bei dem handelt es sich um einen SE. Das ist der kurze Radstand. Der ist halt zehn Zentimeter kürzer wie der SEL. Der Hintergrund ist aber der, der passt bei mir in die Garage. Der andere hätte nicht reingepasst. Den Motor, den 450er, den würde ich euch jetzt gerne zeigen. Dafür öffnen wir mal die Motorhaube, weil früher saß der Motor noch vorne unter der Motorhaube. Und wenn wir das jetzt hier öffnen, dann kommt ein wunderschöner V8 zum Fortschein mit 4,5 Litern Hubraum, 218 PS. Die 218 PS hatten die Fahrzeuge ab 1976. Davor hatte das Auto 225 PS oder 224. Das lag an der Modifizierung der Motoreinstellung und an dem Wechsel von DJ-Tronic auf KJ-Tronic. Dieses Fahrzeug hat also schon eine KJ-Tronic. Die Spezialisten unter euch werden jetzt sicherlich die Vor- und Nachteile gerne gegeneinander austauschen wollen. Ich kann allerdings sagen, dass die KJ-Tronic in dem Auto störungsfrei läuft und es hat mich auch noch nie im Stich gelassen. So, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Hinten auf der Hutablage, da hat ein Hut gelegen bzw. eine Mütze. Ja, das hat auch seinen Grund. Diese Mütze ist nämlich die Mütze von Helmut Schmidt. Und Helmut Schmidt war damals Bundeskanzler und er hatte ein baugleiches Fahrzeug als Dienstwagen. Wobei, ich glaube, es war nur ein 350er. Damals musste die Regierung wohl auch schon sparen. Und Helmut Schmidt hat das Auto dann übergeben an seinen Nachfolger, den Helmut Kohl. Der ist das am Anfang auch noch ein bisschen gefahren, bis er dann gemerkt hat, dass es für ihn dann doch zu klein war und hat es dann gegen den 126er eingetauscht, also gegen das Nachfolgemodell. Und da die beiden Bundeskanzler mit Vornamen Helmut hießen, haben wir das Auto auch liebevoll Helmut genannt. Also hier sehen Sie unser Auto Helmut. 1976. Asterix erobert Rom. Karl Gustav von Schweden heiratet Silvia Sommerlad. Und wir wecken rund um die Autos Deine Erinnerungen. PS Perlen. Classic Cars. Forever Young. For You.